Wenn ich früher meine Eltern besuchte, hatte meine Mutter immer mein Lieblingsessen vorbereitet. Zum Nachttisch gab's Milchreisauflauf. In unserer Familie bin ich das Nesthäkchen. Dann, an Heiligabend, gab's nur Suppe. Zur Bescherung bekam ich gar kein Geschenk von ihr. Ich würde meinen Film wie ein romantischer Film sehen. Ein Film über Liebe und Familie. Obwohl es mit einer Krankheit handelt. Meine Mutter hat Dementia und Alzheimer. Die Krankheit handelt. Es kommt sicher, dass es ein sehr süßes Film ist. Es geht um Krankheit und Krankheit. Und das Ende der Leben. Aber ich würde es sehen, dass es etwas, was das Leben verletzt. Der Film ist über die gloria der Leben meiner Mutter.